Der verheißene Messias, Allahi Salam, sagt Der Grundsatz, an dem wir festhalten, ist der, dass wir in unseren Herzen Freundlichkeit für die gesamte Menschheit tragen. Wenn jemand sieht, wie das Haus eines Hindu-Nachbarn in Flammen steht und sich nicht anschickt, das Feuer auszulöschen, dann erkläre ich fürwahr, dass er nicht zu mir gehört. Wenn irgendeiner meiner Anhänger, der gesehen hat, wie jemand versucht, einen Christen zu ermorden, keine Anstrengung unternimmt, ihn zu retten, dann erkläre ich fürwahr, dass er nicht zu uns gehört. Ruhani Khazai, Sirajum Munir, Seite 28